Hallo, ich bin Felix Schwenzel und ich schreibe ins Internet und die Adresse heißt www.wyrus.net. Also auf Wyrus schreibe ich eigentlich alles auf, was mir so in den Sinn kommt. Ob es jetzt was Positives ist, was mich aufregt, was mich erfreut, ob es eine Kindokritik ist oder ein Bild. Normalerweise arbeite ich den ganzen Tag, aber meistens ist es so, dass ich abends meine Blogrolle absurfe und alles lehre und dann das was hängen bleibt auch schreibe oder wie gesagt Feierabendblogger sozusagen. Chatten, ja, damit habe ich sozusagen angefangen ins Internet reinzuschreiben. Die Chats, die ich gelesen habe, die fand ich interessant, das funktioniert, das ist, wenn ich es lese, scheinen die mir nur zu kurz zu sein fast.